Musik 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 Good morning, our evening friends. Welcome to this great event. You only know it's so many. Space your voice and clap your hands. Welcome to this great event. Free your soul, free your soul, free your soul. Thank you. 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 Vielen Dank. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus falls. When Jesus falls. When Jesus falls. When Jesus falls. When Jesus falls. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to watch Find a dream, find a dream And every choice in Every, every day Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Applaus 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 Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 So, wir sind jetzt fast am Ende angekommen, aber auch nur fast. Also Sie haben es noch nicht ganz geschafft. Aber natürlich müssen wir uns bei ein paar Leuten bedanken, die uns hier einen großen Gefallen getan haben, dadurch, dass sie hier etwas künstlerisch beigetragen haben. Vielleicht kommen einfach alle mal auf die Bühne, die sich jetzt angesprochen fühlen. Applaus Das sind nicht viele, deshalb sage ich einfach mal die Namen. Aber zunächst mal Wiebke Rohling, die hier toll auf der Externette gespielt hat. Applaus Dass Simon, dass sie spontan eingesprungen ist, was eigentlich gar nicht geplant war und die das absolut brillant gemacht hat. Dann bedanken wir uns natürlich auch bei Lukas Borgschulte. Da kommt er von. Applaus Vielen Dank für die Arten. Wir sind ein paar wieder auf dem Flavier begleitet und hier das hübsche Orgelwerk beigetragen. Vielen Dank dafür. Applaus Dann wollen wir uns natürlich auch bei Judith Kesper bedanken. Applaus Und als letztes natürlich bedanken wir uns, ach da steht er schon, bei Lars Funke, der auch ganz spontan eigentlich promisend gesagt hat, ich spiele noch mal was am Flavier und bereichere dadurch das Programm. Applaus Er hat sich allerdings verspielt, deshalb bricht er keine Blume an. Applaus Also dadurch, dass er so spontan eingesprungen ist, äh, kam der Florist nicht nach und dann fehlt die Blume. Applaus Aber es gibt gleich einen ganz großen Strauß, da kann er bestimmt eine Blume von abhaben, denn jetzt kommt, äh, die wichtigste Person, die jetzt ordentlich gelobt wird, und zwar Frau Annette Dupe-Fischer, unsere Vorleiterin. Applaus Applaus Ja, wir sind immer hartlich engagiert bei der Sache, realisiert alle Auftritte absolut professionell bei dem Büro. Die Proben ist hier immer herzallerliebst. Also, die Jahre und in Jahren haben wirklich viel Spaß gemacht und sie haben natürlich auch viel dazu beigetragen, dass es ebenso schön war hier im Chor, oder nicht? Applaus Applaus Okay, niemand finde ich angesprochen, Gott sei Dank. Ja. Was? Achso, ja, Christina hat auch noch eine tolle Version, das stimmt. Okay. Applaus Sie müssen jetzt auch noch ran bis hier, also ganz ohne Singen kommen Sie jetzt auch nicht hier davon. Wir möchten nämlich jetzt gerne das Stück Möge die Straße mit Ihnen zusammen singen. Wir begleiten das Ganze von Lukas Borgschulte, der jetzt ganz schnell nach oben ran zorgelt und einen Riemen auch sehr gut gelegt. Ja, ich möchte auch noch mal die Gelegenheit nutzen und mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken, weil mir das natürlich auch sehr viel Spaß macht, gerade mit der Gruppe hier. Und irgendwie sind wir so ins Gespräch gekommen, man redet ja auch mal so zwischen dem Pro mal ein bisschen und haben halt überlegt, dass wir nach den Sommerferien im Abendbereich so ein Projekt anbieten wollen für Ehemalige und Freunde. Und werden das mal kundtun, also auf der Homepage das kundtun, der Schule, vielleicht auch über die Zeitung, dass wir mal ein Projekt planen wollen und mal gucken, was passiert. Ich bin da ja immer, dass mich immer überraschend, manchmal bin ich ja sehr positiv überrascht und das hoffe ich einfach in diesem Fall auch. Und das würden wir gerne mal andenken, denn ich habe ja hier auch viele Herren, die gar nicht mehr eigentlich zur Schule gehören, vielleicht seid ihr mal auf, die wird sein Ex-Schüler. Und nicht alle ziehen hier von Danken, sondern manche bleiben ja hier und vielleicht haben die auch noch Lust, noch mal mitzumachen im Abendbereich. Wir schauen mal, ich werde mal das bekannt geben über Zeitung und Homepage, schaut mal nach, alle die Lust haben, sind herzlich eingeladen, dann zu dem ersten Treffen zu kommen. So, jetzt müssen Sie machen, genau. Sie haben ja ein Wiederzeit bekommen. Wir haben jetzt etwas genommen, von dem wir hoffen, dass das alle kennen. Deswegen ist das dieses Stück, weil das ja doch aus dem Gottesdienstbereich vermutlich bekannt sein wird. Wir bemühen uns, das jetzt vierstimmig zu singen und Sie singen natürlich die Melodistin mit. So, Lukas. 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 Okay,ups. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020